Ey, Stefan, Waffe, Fiorenzo, Rasche, danke. Nein, Alter. Du musst mir eine Chance geben, sonst geht es nicht. Danke, nein. Waffe, Stefan, Fiorenzo, danke. Was denn? Danke, nein. Ey, was denn? Warte mal kurz. Danke, nein. Warte mal kurz? Stefan, Fiorenzo, Rasche, danke. 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 Hallo, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was machst du, oh? Was ich mache? Mach nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Danke, der Bedeutung. Hey. Was ist deine Meinung zu Ibo? Ich habe keine Meinung zu dem Kelb. Warum? Warum nimmst du ihn Kelb, aber? Ich habe gesagt, ich habe meine Sachen mit ihm. Ich muss noch Klee rein. Was? Dass ich ein paar Backfeifen geben habe, danach ich schieße gegen ihn. Ja, okay, okay. Denkst du, denkst du, du kannst ihn packen? Na, du, danke, wird in der News. Direkt, Wallah. Nicht mal einen Tag, Wallah. Aber warum packst du ihn nicht? Mit Zeit kommt die Ruhe, Wallah. Mit Zeit, du bekommst alles. Ich bekomm, egal, ich rede nicht, was mit ihm passieren wird. Ich bekomm, ich bin nicht. Für ihn ist unser Belgeek ist zu. In Belgien ist für ihn zu, Wallah. In Belgien kommt er nicht mehr rein. Kein Fuß. Maximal Aachen Grenze, mehr nicht. Tiger trubbelte. Ey, oh man. Weißt du, wer der größte Kelp ist? Ah. Ich hab gesehen. Weißt du, wer? Hm. Dieser eine aus Berlin. Welcher? Du weißt, welche? Welcher? Wer ist dieser, der auf Mafia-Boss macht? Aus Berlin da. Micky. Nein, das ist nur ein Kelp. Das ist ein Schwanz, nicht der. Keine Ahnung. Samza. Samza ist auch ein Kelp. Nicht der. Dieser, wie heißt der? Rabihi, Lahbi, Rahbi. Ja, hör mal, ja. Das ist der größte Kelp, ja. Warum? Wallah, der macht mir auf Mafia-Boss. Der macht mir auf irgendwas. Wallah, das ist ein Kelp. Wenn ich ihn packen werde, Wallah. Mit euch Wallah. Warum sagst du sowas? Der macht mir auf Mafia-Boss. Der sitzt mir da. Aber das ist ein Kelp, lau. Wallah, das ist nichts. Aha. Machst du, Rabi? Danke für die Rosen. Danke an ihm. Mach die Rosen-Full, Leute. Hä? Was hältst du von dieser, Rabi? Machst du? Er kommt auf drei große Familien, Wallah. Bruder, das große Familien interessiert mich nicht. Nur Gottes, der wichtigste. Wenn wir uns runterordnen. Auf Wieder. Trotzdem. Aller zusammen, Leute. Acht. Ja, ich habe auf jeden Fall. Danke. Emilia. Danke, ich habe auf jeden Fall. Bist du immer noch einmal wach? Ja. Sehr gut. George, danke. Mag deine Brille nochmal weg? Mr. Sam. Was soll ich wegmachen? Brille. Lass Rabi reintun. Rede mit Frau ein bisschen. Das ist nicht meine Frau. Wie alt bist du? Du musst schlafen, geh morgen in die Schule. Was? Hast du keine Schule morgen? Nein. Wie alt bist du? Was? Das frustrat ist. Mama? Geh mit Kinder. Warte. Was für Kinder? Ein Kind wäre ich gar nicht auf TikTok. Wer. Was meinst du? Die 40er? Oder das Kind. Die ist 15. 16. Geh schlafen. Was für fünf? Ich bin 19 Jahre. Was machst du hier? Ich chill? Lass mich doch in Ruhe, Junge. Was meint der? Hast du eine Tante? Was juckt dich das? Hast du eine Tante? Was juckt denn das? Ich bitte dich. Ich frag dich, hast du eine Tante? Hä? Was ist das? Warum flachst du nach Tante? Bei Gott nicht. Ihre Tante ist mein Typ, Wallah. Er eib, ja. Ich stirb älter, Wallah. Bei Gott, das ist eib. Wallah, ich bezeih mal deine Lage nicht, Wallah. Komm mal die Tante, Wallah. Ich mag dich und so, aber... Bitte, ja. Wallah, die Arme, die ist jung, ja? Wallah, die ist jung. Ja, ich bin ein Junge, ich bin 19 Jahre alt, aber was ist jung? Nein, Haram, Haram, alles gut. Was ist das? Was? Alles gut, alles gut. Ja. Ich küsse deinen Ärzte, Wallah. Entschuldige dich bei Angelina. Was soll ich da? Entschuldige in der Sinne? Entschuldige nicht. Ja, du kommst nicht, du machst mich dumm an. Was ist mit dir? Wir haben drei Uhr. Alles gut. Ich küsse deinen Ärzte, Wallah. Hast du eine Schwester? Ey, Barillo, ist das ein Kind, oder? Kannst du mal fragen, hast du eine Schwester? Ein Ältere? Guck mal, erheb deinen Dings nicht. Dein Mund. Guck mal, Rabi, der hat Ansage an dich gemacht. Bei Allah, ich hab gesagt, hör auf damit. Spür auf, meine Mutter, du bist schuld. Hat er meine Familie belädigt? 42. Was ist? Wir waren immer gut miteinander. Hast du ein Problem mit mir? Ich hab ein Problem mit dir, was musst du machen? Warum aber? Wie, warum aber? Was hab ich dir getan? Mach mir nicht auf Mafia, was ist deinem, ja? Wallah, mach nicht auf Mafia, was, ja? Aber was ist los? Wie war's los? Ich werd dich niemals beleidigen, Jana. Besser so. Rabi? Kennt ihr euch von früher, oder was ist das mit euch? Nein, die waren doch zusammen live, so. Er war okay eigentlich, aber... Barelo, mach das. Ich bin immer noch okay. Vielleicht bin ich okay. Hast du mich beleidigt? Ja, hab ich. Warte kurz, Wallah, Barelo. Lass mal diese Mädchen. Lass mal diese Mädchen, Wallah. Hast du mich beleidigt, ja? Ja, Wallah. Warum? Wie, warum? Was hab ich dir getan? Ja, Wallah, mach nicht auf Mafia, was hier... Was hab ich getan, dass du mich beleidigst? Dein Aussehen gefällt mir nicht. Okay. Wie du reagierst? Kein Problem, hast du auf mich beleidigt? Kein Problem, aber hast du meine Familie beleidigt? Nur dich, ich bin kein Ehrenhauser, die auf andere Familie. Warum kann ich küsse dein Herz, ist egal, beleidige mich weiter, okay? Ciao. Du hast gesagt, du darfst weitermachen. Also selber gehört. Du sagst doch, er ist ein Kind. Warum sitzt du eigentlich mit Sonnenbrille da? Was sagst du? Warum du mit Sonnenbrille sitzt? Deine Augen hab ich geblendet. War das cringe, ja. Aber muss eigentlich nix. Zum Moment. was600. Was ist das? Was ist das? Was ist das? wenn sie mir drin ist, dann meine罐, muss man arbeiten. Du kannst einfach dabei sein. 42 ... hast du sie gestummt. Die ist super mal, Mann. Die ist voll mit thin.. Jelena hast du gestimmt? Ja ja. Sehr gut. Weil bei denen und so, wenn die lau sind, die machen das nicht, weil die haben ein Gehirnschütter rum. Ich schwöre. Warum schmerzt du? Das ist wie bei uns leider zu sein. Ey, 47er? Ja, erzähl mal noch. Was hat Trabi dir angetan, dass du so bist? Wallah, der macht mir auf Mafia-Bosse, ja, wallah, der sitzt mir hier so, ja. Ich denke, wallah, geh mal weg mit denen, ja, wallah. Ich kann solche Leute nicht ab, wallah. Was passiert? Für mich ist einer ein Kelb. Ich sag dir warum. Weißt du warum? Wallah, ich sag dir. Einer, der nur mit Kelbs chillt. Nur mit Kelbs ist. Der ist für mich auch ein Kelb. Mir ist egal. Wegen 45er mal zum Lachen. 42er habe ich bis heute noch nie gelacht. Hallo, wie alt du bist? 42? Ja. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 23. Okay. Jawollah, jawollah. Wie alt bist du? 19, immer noch. Du bist 19? Ja. Original 19 oder Fake? Original. Hey, 42er, wie findest du Angelina? Wallah, die ist sexy, wallah. Ich schwöre auf alles, ne. Kannst dich nicht normal ausdrücken? Boah, Wallah, wir haben ein Hotel, Wallah, Jacuzzi. Halt das. Ich schwöre auf alles, Wallah. Ja, aber warum redest du so? Wie denn? Du gefällst mir, Wallah, du bist sexy. Ja, rede vernünftig. Was denn? Das ist geil, Wallah. Was ist mit dir? Was hat er? Wallah, du bist geil, ja. Was für geil, Junge. Hast du keinen Anstand oder so? Wallah, du bist sexy. Ey, Barillo, jetzt ohne Spaß, ne, meint er das ernst? Was hast du gerade an seinem Ehrlich, Wallah? Ja, was ist deinem Pfingst? Aber sag jetzt auf Privat, warum sagst du hier Krall auf Danke? Nein, es war auf gar keinen Fall auf Privat auf der Karte. Danke. Willst du, wenn du, wenn du irgendwie... Wallah, ich rede, direkt Wallah, ich rede. Na, sag doch mal ruhig, ja. Hast du gerade gesagt, willst du, was du gesagt? Nein, lass uns doch mal ausreden. Sagen wir mal, du sprichst eine Frau auf der Straße an, ne, und die gefällt dir wirklich. Und dann sagst du, boah, du bist voll, keine Ahnung, Gaston, was. Wirst du das einfach sagen? Natürlich. Und dann wird die sagen, ja, okay, hier meine Nummer. Was denkst du dir? Die wird direkt geben. Guck mich auch noch. Ich sehe nichts Besonderes. Mach Brille bitte kurz hoch, damit sie weiß. Ja, bitte, bitte mach mal. Was ist so im Blick das? Der ist aggressiv, Junge, der richtiger Mann. Ah, ist der Straße und so? Ich bin aus Ghetto, Habibti. Sowas kennst du nicht. Von wo? Wir leben parallelen Welten, ich und du. Okay. Du bist zwar hintermauern in Palästin, aber bin hinter Ghetto, Habibti. Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Belgien. Aus Leish. Ich meine aus Deutschland. Ich spreche aus Deutschland. Ich spreche aus Deutschland. Belgien, Belgien, sagt er. Hä? Ich weiß nicht, ähm. Ich bin ein Typ. Ich bin männlich. Nein. Sehr ehrlich, Wallah. Ich schwöre, bist du nicht. Sehr ehrlich. Ich schwöre auf alles, was männlich bist, bist du nicht. Wallah, du willst. Wallah, du willst. Wallah, du willst. Wallah. Ey, das kann ich wahr sein. Barilo, sei mal ehrlich. Wie redet der? Oh, Wahnsinn. Du bist ein Gentleman. Was denkst du denn? Ein Gentleman bist du? Ja. Ja, ja. Habibti. Mein Baby. Mein Baby. Angelina. Wallah. Was? Wallah. Hör mal zu meinem Baby. Wallah. Was für ein Baby? Wer hat dich verarscht, Junge? Mein Schatz, Wallah. Was labert der? Ja. Der wurde gesperrt, ja? Ja, kein Wunder. Ich schwöre. Ich habe 17 Wins. Nein, Leute, bitte. Ich schwöre, 18 sogar. Ey, Leute. Nein, nein, ich habe 18. Oha. 18, sieben wir, Leute. Kommt. Nein, Leute, bitte, bitte, bitte. Ich schwöre, tippt alle auf dem Bildschirm. Ich habe 18 Wins. Bitte, beschützt die mal auf Ehre. Eine Runde gegen Barelo mal gewinnen. Ich küss euer Herz. Eine Runde mal gegen Barelo gewinnen. Barelo, warum bist du noch wach? Wallah, ich schlafe. Echt nicht? Echt nicht? Nein, tippen. Wann gehst du jetzt zum Schlafen momentan? Rasche, danke. Also, ich gehe seit einer Woche gar nicht mehr schlafen. Gute Besserung. Danke. Leute, eine Runde gegen Barelo gewinnen. Ja, ich habe 18 Wins. Gar nicht gut. Ich war glücklich. Wegen dir gesperrt. Ja, ohne Spaß, wie der aber auch geredet hat. Na, ich schwöre es dir. Barelo, würdest du so mit deiner Frau reden? Niemals. 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 Was meinst du, Aaron? Angelina? Ja. Dings. Wann treffen wir uns mal irgendwann? Freundschaftlich. Ach so, auf einen Kaffee meinst du einfach? Ja. Kann man machen, ja. Wann? Weiß ich nicht. Ungefähr? Ja. Nach Boxkampf, nee, vor Boxkampf einen Kaffee trinken, damit du Dings hast. Jetzt ist Barelo dran, ja, ja. Auf jeden Fall. Was, Barelo? Ja, mit Dings. Äh. Ich bin nicht so, wie du denkst. Okay, sorry. Ich bin aus Nähe, Duisburg. Also NRW, ne? Ey, Leute. Lasst mich nicht, ne? Ich hab 18 Wins, ne? Eine Runde gegen Barelo gewinnen. Ich schwöre, 18 Wins. 18 Wins, Leute. Dienstlaken, nein, nein. Ich wurde, äh, Dings in Maers geboren, aber ich bin nicht aus Maers. Es geht eigentlich nix mehr. Du bist so deutsch, deutsch, italienisch. Ey, Leute. Ich schwöre, ich hab 18 Wins, ne? Tipp, Leute. Tipp. Gib mal ein bisschen Gas. Wallah, Leute. Was ist mit euch? Nein, die sollen bei dir kein Gas geben. Ich hab 18 Wins. Bei dir ist eine Idee am Ende. Ich hoffe. Ich hoffe. Das ist nicht der echte, Leute. Das ist weg. Du hast 18, aber gleich 0. Nein, nein. Hör auf damit, Jay. Danke schön. Ey, Leute. Bitte, ne? 18 Wins. Ihr dürft das nicht... Ey, denkt daran. Die werden snipen am Ende. Scheiß drauf. Er tippt alle. Alle tippen. Barelo, kämpfst du jetzt doch oder nicht? Nein. Nein. Mit dir. In Couch. Auf Couch. Auf so zu reden. Ja, bitte. Das ist respektlos. Nein, ich weiß. So ein bisschen trainieren. Sparing. Auf Couch. Was laberst du? Ja, wo sonst? Ja, wo sonst? Nein, nein. Das geht nicht. Im Staat oder im Budenkampf? Wo bist du besser eigentlich? Was? Was? Ja, mach den Boxen. Ey, seid mir ehrlich. Seid mir ehrlich, Leute. Wie kann der so ernst bleiben, wenn er sowas sagt? Ich schwöre Respekt an dich. Weil ich ernst frage. Nein, nein. Du fragst nicht ernst. Hör auf. Wo ist du? Jay, ich küsse dein Herz. Danke schön. Danke, Jay. Jay, danke, danke, danke. Ich bin mir gefolgt. Ich küsse dein Herz. Hast du schon deine Traumfrau gefunden auf TikTok jetzt in der Zeit? Welche? Wie welche? Hör auf zu popeln. Alter. Ich komme einfach auf TikTok. Ich verliebe mich 20 Mal, Alter. Was für Traumfrau. Was für Traumfrau. Jede Traumfrau. Jede Traumfrau hier. Jede. Schau. Ach. Ist der noch? Gar nicht. Leute, aufpassen. 20 Kunden, ja. Ich habe 18 Wins. Leute, Snipe. Dicken. Snipe am Ende. Ich bin wieder hoch. Übertreibst du da? 18 Wins, Junge. Ich schwöre, die sind echt. Leute, 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 Leute. Leute. Oh mein Gott. Nein. Nein. Hallo. Danke, Krallof. Nein. Junge. Wir sind von 18 direkt auf. Null. Hör auf. Ich schwöre. Willst du deinen Ex-Freund rein? Nein, nein. Ist nicht mein Ex-Freund. Also ich sage euch ehrlich. Hallo. Hallo. Hi. Kennt ihr euch? Was? Ey, der hat meine 18 Wins genommen, ne? Wer? Was ist das mit? Barello. Hör auf. Warum? Warum nimmt sie ihre Wins? Ja. Ich lasse euch zwei Päschchen. Ja. Ich lasse euch zwei Päschchen. 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 Für mich brauchen die Grenzen, für dich die Gefühle. Er hat das Gefühl, dass ich mich nicht mit ihm besuchen würde. Und wenn du mich versuchst. Aber warum? Es ist auf jeden Fall ... ... oder irgendwo in einem Traurigkeit, wenn ich mich einsam fühle. Warum bist du traurig, was ist passiert? Nein, was wenn ich traurig werde, wenn ich im Knast bin? Besuchst du mich nicht? Wenn du schuld bist, dann kommst du ins Knast, aber wenn du nicht schuld bist, dann kommst du nicht ins Knast. Also ich weiß nicht, ob du was gemacht hast oder nicht. Hast du was falsch gemacht? Etwas gegen Gesetze oder so? Nein. Na dann brauchst du keine Angst haben. Stell dich kurz vor ihm, warte, ich schreibe noch rein. Stell dich kurz vor ihm. Ich muss beleidigen sein. Oh nein, oh nein, ich habe ihn nicht gespielt. Ich rede mit einem Mann, der zwanzig Jahre älter als du ist. Ich lass ihn bei dir entschuldigen und du holst irgendeinen Kakerlake rein und lässt meine Familie, meine Mutter und meinen Fanta beleidigen. Weißt du, was ich machen würde, wenn einer dich beleidigt? Wallah, ich würde ihn sofort raus schmeißen aus meinem Chat. Ich würde gar nicht mit ihm bleiben. Deswegen geht alles schuld auf dich. Aber es ist okay. Ich dachte, du lässt dir wenigstens ein paar Freunde, aber du willst gar keinen Freund. Du willst nur einen Feind haben. Oh Junge, doch! Mit dir will ich befreundet sein. Alter, was mit dir? Oh! Diese Pastürma war wirklich nicht lecker. Ich habe den größten Vertrag gehabt. Geht's dir gut, Barelu? Ja? Geht's dir gut? Nein, Junge! Sag Allah, dann geht's dir gut. Ich schwöre dir. Allah? Sag einfach Allah, dann geht's dir gut. Probier das mal. Allah! Masha Allah! Steh auf, beten! Alhamdulillah! Ich küsse ihr Herz, Leute. Barelu wird irgendwann ein sehr schöner Mensch. Ich sag euch das jetzt schon. Er wird irgendwann was krasses für den Islam machen. Ich schwöre auf Gott. Oder für die Jugend. Irgendwann er kommt, er macht was Schönes. Weil das gibt's Leute, Menschen, die machen 30 Jahre lang nur Khara und plötzlich verändert sich ihr Zustand und sie machen nur noch Schönes und sterben als Muslime. Andererseits gibt's Leute, die machen 30 Jahre nur islamisch guter Weg. Plötzlich verändert sich ihr Zustand und die denken, bevor sie sterben, wollen sie noch richtig Ali Gali machen. Und sie sterben auf einen ekligen Zustand und als Nicht-Muslime. Deswegen, wir wünschen uns alle die Rechtleitung. Aber ein, zwei, sagst du, ich muss er kriegen. Habt ihr Recht. Aber eigentlich auch nicht. Ich liebe Walid al-Zayn, übertrieben. Er hat mich auf Stumm, egal. Ich rede sowieso mit euch. Junge, warst du auch Stumm, Alter. Was bist du? Ey Junge, du... Wallah, die schreiben Stumm, Mum, deswegen. Aber alles gut. Sorry. Ausmardin, ja Leute. Wallah. Ach. Mach mir Baghello fertig, Allah, wenn ihr mich liebt. Zeig mir. Einmal dann machen, dann geben wir ihnen Abcheck. Wo es macht den Ütschkawak, heißt das. Rajdi. Asha'i Ramaturidi, ja Bruder. Ach. 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 Komm, wir gehen zu Yasser, wir machen Gali, al-Salami. Wir chillen, Bismillah. Wallah, du hast große Herz. Kannst du nicht verzeihen, Ani, oder was? Hey, ich habe ihn verziehen, was soll ich ihm verzeihen? Hat mir nichts angetan. Ja. Seit zwei Satze, Wallah, seitdem ich 26 bin, hat angefangen, so hier vorne. Wächst immer nur hier alles, aber hier nicht. Mach, 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 mach mit deinen Haaren, damit die wiederkommen, Alter. Wallah. Ich brauche mich, ich bin ein Mann, Bruder, ich bin so wie ich bin. Ein Mann ist ein Biest, die Frau muss schön sein. Mach nichts mit mir. Sei deine. Hast du Brusthaare, Marelle, sei mir ehrlich. Wallah, ja. Wann, Rücken auch? Full. Ja. Mit Schultern, Wallah. Wallah. Sure. Aber warum hast du kein Bart? Mach ich doch. Ja. Ich kann dir einen Trick geben. Weißt du, wie schnell das wächst? Aus Libanon? Ein Trick wird mir geben. Samstag, ich sehe ihn vom Boxen. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall da. Mit meinem Bruder ein bisschen gucken, ein paar Kämpfe. Oh, Rabin. Gerdi, ich liebe dich, mein Bruder. Sag mal, ich wollt ihr wissen, Leute? Aber tut weh ein bisschen. Schleifen, Meifen, Knoblauch, dies, das, Gurke, Oliven, halt. Hornhaut, bis Hornhaut rausgeht, musst ihr kratzen. Das macht sich extra so, damit er so dumm aussieht. Was denn? Eigentlich, du bist, wenn du willst, du siehst schon Bombe aus. Du bist groß und so. Haare, Haare gibt's auch. Du willst mir einen Ring aus, ich schenke dir einen Ring, Barillo. Sag, welche Nummer. Welche willst du mir denn schenken? Schenk mir eine vom Herzen. Wallah, ich schenke dir, ich hab richtig schöne Wallah. Schade, wenn du in Berlin bist. Ich sehe euch nicht. Ich hab grad mein Bein einfach verbrannt. Junge, wie geht's dir, Barillo? Mir geht's gut, wie geht's dir? Oh, Coach Schwenk, wie geht's? Ich seh euch nicht, Barillo. Geh raus wieder rein. Ich seh euch nicht. Lad noch mal ein. Okay. Rambo, bester Mann. Traube Minze. Dein Mann, mit dem du geschrieben hast, Traube Minze. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Wie geht's, Junge, ja? Alhamdulillah, Junge, ja. Warum macht seid ihr nicht Sport, Junge, ja? Ich bin grad von Sport gekommen. Zeig mal deine Mango. Deine Mango, deine Mango. Was ist mein Mango, Amunakoyim? Eier, Eier. Na, nicht stabil geworden, Junge, ja? Meine, guck mal. Mango, mit Mango reiben, sehr, 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 sehr stabil noch wäre, Junge. Ja, Bruder. Eine Traube Minze schreibt, ja, ich hab mich mit Eren getroffen, stimmt's? Ja, today. Ja, das ist nicht normal. Alle Leute zusammen sein. Alle Leute zusammen sein. Was? Was? Ja, stimmt's? Nein, stimmt nicht. Alle Leute zusammen sein. Tippen, 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 tippen. Einfach extrem tippen, Junge, ja? Wann, Bruder. Er macht auch so, ich denke, iiii. Ich steh jetzt erst. Alle Leute zusammen. Tippen, 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 tippen. Kuh, 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 kuh. Kuh, 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 kuh. Junge, ja, das ist nicht normal. Kuh, 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 allem in der Nahr. Wallahi. Rabbi, Rabbi, wie geht's dir? Wallahi, Alhamdulillah, wie geht's dir, Eier? Alles gut? Alhamdulillah, Rabbi. Alhamdulillah. Wallahi, ich komm, ich komm diese High Kick machen jetzt bei dir. Barrello. Automat? Barrello. Barrello. Erhoffst du nicht? 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 Du bist in Berlin. Ich bin irgendwann. Ich bin wieder zurück. Barrello. Barrello. Barrello, redest du mit mir auch oder nicht? Holla, er ist Mischung zwischen für Coach Schrenke und Rambo. Ja, Holla. Aber was denkst du, wer gewinnen würde, Rambo oder er an den Ring? Sehr ehrlich. Bruder, Rambo ist total Schaden an den Ring. Alle Leute zusammen sein. Alle Leute zippen, 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 zippen. Ich glaube, er hat ihn bestimmt. Er soll er sein. Alle Leute zusammen. Ja, bitte. Barrello? Ja. Mango mit Mango. In deinem Leben hast du Mango mit Mango gereiht oder nicht? Sei mal ehrlich. Hast du gesehen, wie ich dich in Schrift genommen habe? Nein, Bruder, ich habe keinen Cousin, der Nader heißt. Barrello? Ja? Ich habe viele Leute bei mir schreibt, in Barrello sagt junge Frau, bestimmt das? Wallai billah, Wallai billah, Wallai, ich frage dich vom Herz sauber. Kann ich reden? Du bist auch ein Livestream. Hast du zu sagen? Das ist normal. Kann ich dir nicht. Kann ich dir? Hast du zu sagen? Kann ich dich in Schriftetze mit dir? Hast du dich in Schrift, in Schriftstelle? Was ist los mit dir? Warum? Was mein ich denn? Bruder, du bist voll so tot irgendwie. Nein, ich bin ein bisschen müde. Dann geh schlafen, Cousin. Komm, lass schlafen gehen. Denkst du? Ja, einfach schlafen, Bruder. Das ist dein Herzschema. Das reicht ja eigentlich. Ich hab den Filter an, nix. Warum soll ich Filter haben? Wir sind alle Naturschönheiten. Hier, guck. Bruce Lee. Wing Xi. Haube Münze redet nie schlecht über dich im Chat. Stimmt das, Barilo? Keiner hat schlecht über dich geredet. Sag Holland. Nur Haube Münze hat gesagt, ich hatte Kontakt mit Eren. Stimmt nicht, Mann. Ich höre, das hat sie geschrieben. Sie hat geschrieben, ich hab Kontakt mit Eren gehabt. Ja. Stimmt nicht? Sie erkannten uns, ja? Sie erkannten uns. Barilo gibt's ein Mädchen, sie sagt, sie gibt mir 1000 Euro, wenn du dich einmal mit ihr triffst. Machst du klar für mich? Ich brauche dieses Geld, Walla. Ich bin 300? Das ist okay. Ich vermittel ihn, du weißt doch. Aber eigentlich ist sie auch hübsch, Walla. Omar, komm, jetzt, Bruder, jetzt hast du es reingekackt, Bruder. Barella ist vergeben, Leute. Barella ist vergeben. Barella ist vergeben, ja. Barella ist safe, er liebt, safe. Sag mal. Aber weißt du das? Du kannst dich aber nicht entscheiden, du hast bestimmt ein, zwei, hundert Prozent, mit die du, du stehst auf, du denkst schon an dich. Nein, das Ding ist, er hat immer im Hintergedanken, ist sie jetzt mit mir, weil sie mich liebt oder mein Geld? Das denkt er. Aber Bruder, Walla, er sieht Bombe aus eigentlich, aber er macht das so wie neuer. Bruder, er war früher viel stabiler, mit so ein bisschen, bisschen Körper und so. Jetzt, er hat Bauch bekommen wie mein Vater. Das ist egal, Bruder, diese Bauchmauch macht sexy, Bruder, aber. Er ist aus Nächsten, sonst würde er nicht diese Halbglatze machen und so. Er ist Fuchs, Bruder, Fuchs. ... ... dann sag mal ruhig, du hast es formatsierbedingас. Ja. Warte, ich los bleib mal. Ein bisschen ruhiger bitte. Okay, Entschuldigung ... Entschuldigung. Entschuldigung ... Entchuldigung. Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass man stumm kann. Er sagt, er ist noch mehr kriminalitär. Burad? Ja, ich kenne den Film Burad. Ich kenne den Film. Abu Amar, Habibi. Abu Sah'i. Sandra, danke schön. Sandra, ich küsse den Herzen. Wer? Muszi. Sallallahu ala Muhammed. Panda Berlin, ich küsse den Herzen. folgt bei panda berliner hat neue laden aufgemacht hot dogs martox auf halal basis glaube ich oder das was du hast ist ein kiosk ja bruder aber alles in 1 2 ist auch playstation ich verkaufe essen trinken perfüren alles ohne alkohol und so ist doch ich habe kicker mit ich habe sie einen automatischen spiel kostet oder nicht ja wo der stunde fünf euro du hast ich habe so hinten so ein raum kannst du mieten schlüssel du chillst dein leben mit den leute wissen also wenn ich freuen darf noch mal der laden quadratmeter weil ich weiß ich gar nicht ehrlich gesagt es war ein bisschen komisch was auch aber alle da hast du es bekommen die 11 danke java die bin dir gefolgt danke Bumbahank, Bummern, Brot. Einmal, ich wette bei Relo in vier, zwei, drei Tage, vallah. Allah, diese Coach, vallah, wieder die beste Coach auf Erden. Bruder ist doch nicht Ayb, warum Ayb, aber er hört doch nicht auf zu reden. Das ist dein Ernst, ich dachte, du redest mit deiner Community, deswegen, Bruder. Okay, Bruder, du kommst aus Afghanistan, wa? Natürlich, aus Afghanistan, aus Mazar-i-Sherif, aus Dresden, aus Deutschland. Wie lange bist du schon in Deutschland? Fast zehn Jahre. Maschallah, wie viel wiegst du? Ich bin bei 60 Kilo. Maschallah. Ich habe schon einen Boxautomat, Bruder, aber ich glaube, ich will noch einen anderen, mit diesem Schießen und so. Schießen? Normalerweise. Du weißt doch, mit Fuß kann man doch auch. So, ja, ja. Oder bitte, ja. Tippen, einfach tippen. Vor zehn Jahren kann er schon gut Deutsch, ja? Bitte, danke,ắc mich,츠 Lauro, danke. Vielen, vielen Dank, Vital, vielen Dank, Vital, vielen Dank. Viel, vielen, vielen Dank, Beltori. Bilu, Beltori, Bilu,23, vielen, vielen Dank, viel, vielen Dank, mit der 90. Alle Leute zusammen sein. Barelo, Geschenk! Schreibt mich mal bitte an den Instagram, Bruder. Wir reden. Vielen, vielen Dank, forever. Vielen, vielen Dank,� hourge, Hemisch, family, vielen, vielen Dank, mit der 90. Alle Leute zusammen sein, vielen, vielen Dank, mit der 90. Schlaf wieder, ich weck dich, wenn ein Geschenk kommt. Schlaf, schlaf, ich weck dich. Mein Geschenk wird, ich weck dich. Wieder 400 bekommt, 2 Euro. Cesar, danke fürs Folgen, Habib. Schlaf, schlaf, ich sag, in Eurobeträge ist leichter für dich. Warte ich. Pascal, danke fürs Folgen, Hamza, danke fürs Folgen, Habibi. Er hat meine Nummer, sollte ich einschlafen, hier rufst du mich an, damit ich wach werde. So Leute. Habibi. Komm, jetzt kommt mal rüber, schick mal so paar Rosen hier an. Schlaf schon, mein Bruder, ich danke dir. Ja, schreib mir bei Insta, Bruder. Alle machen irgendwelche Tippen. Interessant. Darf ich eine kleine Suche vorlesen, Aaron? Natürlich, mein Bruder. Ja, schreib mir. 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 Ameen. Jetzt noch einmal auf Ayet Al-Kursi, damit die Jönsweckren. Aaudu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Aaudu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Aaudu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Aaudu Billahi Minash-Haytanir-Rajim Aaudu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Aaudu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Immer Stück von der Punkt. Ab 500 kannst du mich weg wecken. Hab 500, okay. Ich muss nachher ein kurzer Surah wegen diepaden. ich bin der Sturm ist wurde. Bismillahirrahmanirrahim. I've got the last of you. Ich will kurz mal hören, was du sagst. Zusammen singen, alle Leute zusammen singen, zusammen, 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 einfach zusammen singen, alle Leute zusammen singen, das ist nicht normal, alle Leute zusammen singen, Junge, alle Leute zusammen singen, tippen, 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 tippen auf die Screenshot, auf die Screenshot. Emrah, mein Bruder, geht's dir gut? Ich liebe dich, Emrah, Allah. Ja, Sir, ist er noch drin? Ich guck gleich. Und der Kawa, danke schon fürs Folgen. Rello, starte. Nur drücken. Ich dachte, ich darf was bekommen, also. Hamoudi, Ramma, Abu Sahin. Ja, Bruder. Ja, Wallah, Löffel. Bruder, meine Kinder schlafen. Redest du? Ja. Wir haben gestritten, ich muss so verschlafen. Wallah. Was soll das? Zwei Jahre später getrennt, beide. Beide sind getrennt. Ich schlafe seit einem Jahr auf Couch. Junge, ja, warum, warum gibst du nicht Kopf sofort für diese Frau? Warum? Kopf? Kopf, gib mal, einfach sag mal, nimm mal deinen Weg, ich nehme meinen Weg. Ja, aber Kinder ohne Eltern ist nicht gut. Ohne Eltern ist nicht gut, ich weiß, dein Gott wird da so, dass wegen Unterhalt. Was soll das? Was soll das? Ja, ich weiß, was solltet, aber ich weiß, was solltet, was solltet, was solltet, was solltet, was solltet. Allahumma salli ala seyyidina muhammadinin nabiyil ummi. Was solltet, 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 was sollt, was solltet, was soll Alhamdulillah Mensch ist Mensch Rabbi Abi, ich hab dich nicht gehört Alles gut, Bruder Was hast du gesagt? Ich wollte fragen, wenn ich die Stimme höre, die mich dann auch? Ich gehe schlafen, Mann Wenn du mich stummst Ja, hörst du mich dann? Ach so Okay, ich küsse euer Herz, Leute Wir reden, ja, wir hören uns Ich küsse dein Herz, wenn du in Berlin bist, meld dich doch Ich bin in Berlin Echt? Ich wohne in Berlin, ja Wirklich? Ja, genau Oh mein Gott Hi Ich bin raus, Bruder Bisschen Bisschen Mit wem ist es jetzt hier live Eigentlich Dennis Dennis Bisschen 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 Bisschen